Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer, endlich mal zu einer neuen Folge Let's Play Together, heute mit mir und dem Hannes, was auch sonst, mit dem Hannes und mir übrigens, sorry, dass ich mir nicht gerade wieder versprochen habe, ich bin ja nicht der Esel hier, ähm, Hannes kann jetzt auch mal Hallo sagen, wir sind, wir haben seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt, wirklich, wir sind immer noch in der alten Welt. Halber Jahr, schon länger oder? Doch, halbes Jahr würde passen, so viel ist es nicht. Man hat schon in der letzten Let's Play Together Folge gemerkt, dass unsere Stimme etwas, naja, ich will ja nicht sagen, ähm, männlicher. Ja, übel, 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 übel. Wir spielen heute wieder, ich könnte Shader nehmen, aber, da ist ein Zombie, 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 da ist ein Zombie-Handels, die wir das jetzt machen. Ich habe wirklich keinen Bock, der Hochzeit oder ist ein Schuldig. Ich darf echt nicht. Junge, was ist denn? Falsch. Ich habe ja keine Frage mehr. Ich bin gerade schon fast gestorben. Nein, ich will hier einfach nur noch hoch. Oh, ich bin schon echt. Ich kann schon echt kein Minecraft-Fan spielen, muss ich ehrlich sagen. Nein, ich meine es ernst. Ja, gleich unten. Alter, ich habe meine Ehre verloren. Warum denn? Ja, weil ich hier schon richtig kein Minecraft mehr spielen kann. So, mal gucken. Ich verliere hier schon die ganze Zeit. Ja, wir haben gerade abends, muss man dazu noch sagen. Ist es nicht morgens? Wenn die Folge rauskommt. Ich weiß nicht, wann ich überhaupt Let's Play together rausbringen werde. Ach so, ich meinte hier drin den Minecraft. Ja, da habe ich keine Ahnung. Wir nehmen ja gerade am Abend auf. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Ach so. Da ist eine Spinne. Aber ich Pfeile? Ja. Alter! Oh, ein Mini-Zombie. Oh, Alter, sind die erschreckend. Noch einer. Ein bisschen verarschen. Ich muss das ein bisschen üben, mit Pfeilen und Bogen zu schießen. Ja. Echt total schlimm. Ich kann das nicht gar nicht. Extrem schlimm alles. Soll ich es ändern, wenn ich greife? Ja, ich kenne die Zombie an. Schon Ewigkeiten her, dass ich Minecraft spiele. Das ist echt total. Ja, das ist schrecklich. Das finde ich echt müssen traurig werden. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass man irgendwo Zombie kommt. Alter. Ich will nicht sterben. Ganz ehrlich. Ach, du bist in der Höhle? Ja. Da warst du mit Moritz wahrscheinlich, oder? Ja, das ist ja das Problem. Wenn ich überhaupt rede ich zu laut? Nein, nein, du bist angenehm. Du hast ja ein cooles Archiv mitbekommen. Ja, wir haben ja schon lange nicht mehr gespielt. Ah, genau. Ich weiß, wie du was sie hier machen wollten. So, ich brauche mich jetzt meine Öl hoch. Ganz ehrlich, ich schaffe das so nicht mehr. Ich fange schon mal an hier. Die, krass, diesen Scheiße, ich brenne. Alter, komm mal kurz hier nochmal einstehen. Seit wann brennt man denn, wenn man mit Zombies, die brennen? Das war schon immer so. Ja, nein, nicht immer. Das ist wahrscheinlich schon vor 20 Updates so gewesen, aber ich habe seitdem ich kein Minecraft gespielt. Ja, wir haben echt lange kein Minecraft gespielt. Kann man dazu sagen. Ist so. Ist so. Hannes muss ich das entschuldigen. Also, ich wirklich gar nicht. Nein, ich habe wirklich viel Minecraft gespielt mit einem Moritz. Das sieht man an den ganzen Smash folgen, aber das kann man auch nicht richtig Smash machen. Aber es ist ja nicht Survival, was wir jetzt hier machen. Also kein normales, klassisches. Achso, die Playlist im Hintergrund. Das ist B2W. Ja, der Hannes findet das wesentlich besser bei Minecraft geeignet, also habe ich ihm mal den Fallen getan. Ist mir egal. Ich schaue auf unsere Videos eh nicht. Stimmt's. Aber du? Ja, ich schaue sie manchmal um die Qualität anzuschauen. Deswegen merke ich da auch immer, ob sie Mono sind oder nicht. Daran merkst du es. Ja? Ja. Wollen wir es mir anschauen? Woran soll ich es sonst merken? Ne, aber ich meine, du könntest ja vielleicht schon davor gucken, ob es Mono ist, dann werden sie nicht Mono. Ne, ich weiß ja nicht, ob es Mono ist. Ich merke es ja nicht. Warum merkst du es nicht? Ja, ich merke es erst, wenn ich mir das Video anschaue. Ja, das brauchst du ja nicht anschauen, wenn es online ist. Ja, warum soll ich es mir nicht dann? Ja, ich schaue es mir meistens im Schnittprogramm an. Beim Schneiden. Hannes, ich bin an der Oberfläche. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Doch, ich weiß, wo ich bin. Ich bin bei dieser großen Schlucht, wo wir Dings... Wir haben schon ziemlich viele Pläne gemacht, übrigens. Wo wir Dings... Ah, ein Creeper! Alter, dieser Soundpick ist ja schrecklich fast. Übrigens, was wir mal in einem Info-Video gesagt haben, das vielleicht mit zwei Sichten ist, ist jetzt nicht. Nein, ist nicht. Das Info-Video ist aber auch schon ein halbes Jahr, Alter. Oh, meine Bogenskits sind so mega. Tut mir gerade leid für dieses eine Video, das ist... Naja. Ich kann vom Stehen aus... Ich stehe einen Creeper mit einem Bogen erschießen. Was? Ich geh doch nicht die Scheiße eigentlich. So, jetzt... Warte. Ich würde so gerne mit diesem Shader spielen. Geht es? Hey, der läuft sogar ziemlich flüssig. Ich muss ihn mal ein bisschen lauter machen, ich verstehe dich halt gar nicht. Mich lauten... Aber es geht jetzt auch flüssig. Es geht es auch gerade leider nicht. Hannes! 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 Was? Alter, bist du schwarz? Ähm... Ja, ich... Ich hab mir noch was schwarz... Ich wollte eigentlich mir... Ich hatte... Ja, zieh mal die Restung aus. Oh... Ja, das... Schaut aber schön aus. Mit Cape! Boah! Das ist ja weg, Hannes! Ähm... Ich war früher mal blau, aber... Ich wollte wieder blau sein. Aber irgendwie hab ich was mit schwarz, das sieht total hässlich aus. Hannes, Hannes, kennst du noch diese immer... Drei Erde irgendwie hier anbauen, weil wir nicht mehr Erde haben. Ich hatte gerade einen Stack. Achso. Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen größer geworden. Das leckt doch ein wenig. Mein PC ist aber auch wirklich gerade etwas ausgelastet. Sieben Tasks. Was kann ich schließen? Das könnte ich schließen. Das kann ich minimieren. Das kann ich auch minimieren. Brauche ich ja nicht. Ich brauche nur die beiden. Darf ich das Lied überspringen? Ja, ich überspringe das Lied. Ja, das klingt schon wesentlich besser. Aha, aha. Fang mich wieder. Fang mich wieder. Dank. Ähm... Ja, dann geh ich mal ins Haus. Oh, scheiße. Die Türen sind schon... Wir haben hier nicht mal gedruckt Platten. Ich bin schon fast gewohnt, dass wir hier Druckplatten haben. Warum haben wir hier keine Druckplatten? Haben wir innen keine? Nein, innen hatten wir keine. Ah, jetzt haben wir Druckplatten. Oh mein Gott, ey. Oh, ich würde echt gerne mit diesem Internal Shader spielen, aber das leckt leider zu sehr. Ich müsste noch ein wenig was einstellen. Oder mein PC mal neu starten. Der Rahmen ist nämlich... Haben wir noch Erde? Bitte? Haben wir noch Erde? Erde? Ich habe keine, wenn du welche in den Kisten findest. Ja, hier ist noch ein Stick Erde. Warum hab ich hier drauf? Zwei Sticks! Ich gehe kurz Erde anbauen, ne? Willst du dich verantworten, warum das Erde geht? Guck mal. Ich muss noch gucken. Vielleicht haben wir im Keller noch Erde. Weil irgendwie ist es im Keller. Alter, ich bin... Alter, wir müssen ja noch so viel Erde. Wir müssen ja erstmal wieder völlig reinkommen. Wir begradigen das erstmal. Und dann haben wir noch die Brücke. Achso, das ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber... Weil du... Wir machen aber nur oberflächlich. Wir brauchen keinen... Hey, ja, deswegen haben wir auch Vangelhaus reingestellt. Ja. Ups. Genau. Sogar schon vor der... Ja, ja, genau. Deswegen. Ups. Ey, du hast dich jetzt... So ein Loser, ey. Was ist... Ich bin ja eigentlich dafür, dass wir ein... Also ein richtiges Gewächshaus vielleicht hinbauen. Ein Gewächshaus? Ja. Was wollten wir eigentlich grundsätzlich hinbauen? Also... Anbauflächen. Und viel... Äh, Viehzeugen. Ja, stimmt. Da ist Gewächshaus glaube ich so eine gute Wahl. Soll ich hier hinten eigentlich das ganze Stein durch Erde austauschen? Damit es eben cooler wird. Ja, alle ganz richtig schön. Ganz kurz den Eternal State, damit ich sehe, wo es noch dunkel ist und wo es hell ist. Hallo? Hä? Soll ich... Hinten alles mit Erde zumachen, wo er... wo Stein ist? Soll ich bei dem bleiben? Der schaut noch wesentlich schöner aus eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob ich diese... Sie müssen ja unbedingt alles zumachen, das ist ja schlimm irgendwie. Ja, das ist... das ist der einzige Nachteil in dieser Welt. Ja. Ja, ich hoffe... ich hoffe das passt für euch so, ne? Mit dem... mit dem... Shader auch von der... Falls ihr irgendwie nicht die komplette Flüssigkeit seht, aber... im YouTube-Videos ist es ja sowieso nur 25 FPS, also... merkt man da gar nichts. Ich weiß, ich renne da nicht auf 927, aber ich hab auch ne... 0,7 Leitung, also... 0,7 Megabit halt. Hannes reden, 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 reden. Ja, hallo, hallo, hallo. Du darfst nicht vergessen zu reden, Hannes. Wir sind... wir sind Kommentatoren. Fast Profis, ne? Fast Profis, ne? Ist eigentlich schon ein bisschen... Das war's. Schade, irgendwie. War's schade. Dass wir irgendwie halt keine Profis sind, ne? Ich bin trocken. Ach, das ist wieder heißen. Du sollst Entertainer, ne? Boah, ist er richtig dunkel hier drin. Hm. Der nennt er... Ja, okay. Funktioniert eigentlich bei dir der Server soweit so gut? Und... Rede, 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 Rede. Ob das so könnte funktionieren? Soweit funktioniert. Ne, eigentlich seh ich hier immer nur so die Erde. Irgendwie zieh ich die anderen Blöcke nicht an. Ob das ist nicht so wichtig. Ja, das liegt dann ja nicht am Server, sondern... Ich meinte eigentlich, ob der Server halt, ob der leckt oder sowas. Das liegt aber nicht am Server. Ja, ich weiß. Das hab' ja gar gesagt. Ja, das ist... Das leckt, liegt nicht am Server, meine ich. Ach so. Ach so, das legen meinst du. Ja, ja, ja. Find' ich auch. Einen Moment. Okay. Ähm... Hannes, ich hab' ne Frage, aber du bist nicht da. Hannes, ich hab' ne Frage. Hannes, warum bist du nicht da? Pff, ich weiß, dass ich kurz warten soll. Ich hab's doch gehört. Hallo. Hallo Hannes, wo warst du denn? Ist da jemand in das Zimmer reingekommen? Oder in das Arbeitszimmer, wo du sitzt? Ja. Da ist wohl grad jemand reingekommen. Oh, sowas doof ist aber auch. Hannes? Ja. Hannes, kommst du mal kurz mit? Danke. Hm. Was denn? Komm, wir gehen mal kurz zu dem See da. Wo? Hierher. Wohl? Hierher. Hier? Da kommst du eigentlich... Möchtest du irgendwie extra von mir wegkommen oder sowas? Nee. Uh, das klingt echt schrecklich. Komm her. Leg alles, was du hast, aus deiner Hand. Und stell dich neben mich. Und zieh übrigens deine Rüstung aus. Nein, warum denn? Ich will kurz ein Thumbnail machen. Komm schon. Nein, das geht es nicht. Hannes, Hannes ist so wichtig. Es ist wichtig für Thumbnail. Warte, ich muss ganz kurz... Ich muss ganz kurz... Das soll ein tolles Comeback unserer unglaublichen Serie werden. Dein Name ist. Ah, okay. Hallo, Rüstung aussehen. Ähm... Schauen die Kamera und... Wir haben den gleichen Mund. Nein, meine ist die. Okay, haben wir es? Warte. Oh. Ich mache sonst sowas so. Ah, schön. Okay. Kann ich wieder? Ja. Ja, du kannst dich wieder bewegen. Äh... Ist gestattet. Warum habe ich den Gold und Eisen dabei? Ich lieb mir diesen Shane, ne? Das glaubst du dich auch nicht. Wie sehr ich den liebe. Warum heiratest du ihn doch nicht? Hahaha. Aus welchem Buch hast du denn diesen Witz, Hannes? Aus Gregs Tagebuch. Ähm... Machen wir die Brücke aus Dschungelholz, weil davon haben wir gerade ziemlich viel. Ich finde Dschungelholz aber ganz schön hässlich. Nein, das ist so ein schöner Rohton. Nein, das ist hässlich. Das stimmt, du hast ja das Seafold Texteepack, ne? Nein, das ist hässlich. Ne, aber in was spielst du denn? Äh... Sexy Gig. Wir wollten aber ein Oros Rocksteak spielen. Wollten wir? Ja, das kann ich jetzt schlecht ändern. Ich habe mein Mikrofon so zermordet, dass, wenn ich jetzt Texteepack wechsel, heißt es dann immer abstürzt. Dafür müssen wir eine neue Folge machen. Daran merkt man, dass du nicht so viele Hobbies hast. Ey. Dafür habe ich jetzt welche Shader. Gehen wir kurz schlafen? Welches Bett war eigentlich wessen Bett? Das rechts war meins. Ja, da ist es, als jemand ein Schwert benutzt. Ja, weil Mord das genommen hat, ja? Ja, Hannes ist ja immer noch sauer auf dem Mord. Mord, du bist Kacke. Hannes, ich wache. Ja, ich baue noch. Nein, du kommst jetzt. Im Gegensatz zu dir habe ich gearbeitet hier. Hannes, ich komme dich holen. Ohohohoho. Ja, ich weiß, was soll das jetzt heißen? Scheiße. Hahaha. Ey. Ich habe dich ja wohl nicht getroffen, oder? Ne, hier ist es nicht. Ich dich aber. Warte, warte. Ich mache ein Funktional von dir. Bitte, bitte. Ey, jetzt läuft der einfach weg. Nö, ich will nicht. Ist ja wohl die Höhe. Privatsphäre hier. Kann die Tür nicht ein einziges Mal zugehen, bitte. Das Schlafschlaf. Was ist mit dir falsch, Hannes? Nichts. Warum? Ich glaube, das habe ich dich zwar schon oft genug gefragt, aber trotzdem. Ja. Ich würde es eigentlich aus Dschungelholz bauen, weil wir haben da so viel. Das ist aber total hässlich. Wir können zuhause, nein, weißt du was, dann gehe ich halt holzacken. Ja. Wenn ich glücklich mache. Hinter unserem Haus ist ein Wald. Ach, warte. Hannes, ich habe in diesem Wald schon sehr oft Holz geholt. Warte mal kurz, komm mal her. Warte kurz, ich brauche mir noch kurz was. Hier ist ein Oak. Hä? Wo geht das nicht? Hä? Das liegt vielleicht am Server? Egal, hier. Was soll ich denn damit? Ja, damit kannst du nachpflanzen. Ich weiß, aber was will ich damit? Warum soll ich nachpflanzen wollen? Ja, weil sonst irgendwann kein Wald mehr da ist, wenn du... Und? Wie lange hast du denn davor noch hier zu leben, bitte? Entschuldigung. Wieso eigentlich mein restliches Minecraft leben hier? Dein restliches... Hannes will sesshaft werden. Mit mir. Du bist so blöd. Was? Weiß nicht. Was ist daran jetzt? Sag mal... Ich brauche Erde. Was habe ich hier vor mir angestellt, Hannes? Ich brauche Erde. Weißt du, was ich mich frage? Was? Ob wir immer noch so undeutlich für den Ding sind, für den automatischen YouTube... Ich glaube immer noch, ja. Ja, weil wir haben jetzt ja eigentlich schon eine bessere Audioqualität. So ist es ja nicht. Also besser verstehen solltest du uns schon. Ich denke, es wird richtig... Ja, ich habe vielleicht gemerkt... Das ist so eine Arbeit. Einige unserer Twitter-Posts... Keiner hat das gemerkt. Warum sage ich das überhaupt? Also einige unserer Twitter-Posts beinhalteten sowas... Oder Facebook-Posts sind ja beides immer eigentlich das gleiche. Ja. Beinhalteten... Außer man postet das auf Facebook, dann ist das nicht auf Twitter. Genau. Beinhalteten... Hast du auch schon dreimal auf Holz geklopft gerade bekommen, das Achievement? Nein. Siehst du ja... Nein? Siehst du doch im Chat, Hannes? Ja. Das ist halt dumm irgendwie, ganz ehrlich. Ja, könnte man... Könnte man sich das ausmachen. Stell dir das ausmachen. Das ist auf so zwei Risiken-Servern. Ne, du kannst es ja ausmachen. Ja, aber wenn die es nicht ausmachen... Ja, dann ist da wohl ein dummer Atmen am Werk, oder? Warum? Nichts gegen Leute, die das jetzt machen. Wir lieben euch alle. Da ist man wohl ein bisschen gestört, oder? Wer? Wenn man sowas macht, wenn man es anders, weißt du? Da ist man ja total dumm, ganz ehrlich, ey. Ja, ernsthaft. So kann man gar nicht sein. Ja. Ich hab's gerade angelassen. Oder was meinst du jetzt? Ja. Ne, bei uns ist es ja nicht schlimm. Es geht ja um große Server. Stimmt. Stimmt. Wir sind ja nur zu zweit. Doch, wir ist ein großer Server. Wir haben sogar drei Slots, ey. Stimmt. Aber ich hab ja auch einen Homeserver, da kann man das... Kann man sich das leisten. Das kostet ja nicht so viel, ne? Nächste Aufnahme haben wir 100 Slots. Okay, ich muss den Shader echt wechseln. Einfach, weil wir es können. Warum sollten wir dann lenkt der Server, ja? Ja, ich weiß. So kann der Shader aufhören zu lenken, oder muss ich ihn wieder wechseln? Boah, das ist so eine Kackarbeit, vor allem weißt du, hier ist überall Stein einfach. Nein, das macht so keinen Spaß, ganz einfach. Hm. Es macht allgemein keinen Spaß mit dir zu spielen. Ey, du bist so ein richtiges Arschloh, oder? Nichts gegen dich oder so, also... Ja, ne, ne. Ich bin das auch nicht persönlich jetzt irgendeine Beleidigung. Ich... Das ist eine konstruktive Kritik. Was? Äh... Ich hab dieses Aufnehmen vermisst, echt. Das ist ein schönes Projekt. Sag mal, willst du... Findest nicht witzig, oder? Wie ich hier einfach so ein Skelett ignoriere. Ich fühl mich jetzt genauso wie der Hannes irgendwo. Oh, und jetzt... X-Captain-Captain-Captain-X-Foss-Short bei Skelett. Ja. Ach, tschuldigung. Oh, Schluss. Ey, die neue... Die Playlist dazu, die gefällt mir, ehrlich gesagt. Bitte... Ach! Als Rache dafür, dass du so gut ein Bein bist. Haha, Alter, ich dachte schon, das ist ein Skelett, ey. So ein Arsch... Ich wollte grad schon sagen, nachdem du das Skelett ignoriert hast, ist das jetzt bei mir. Echt jetzt? Ja. Sorry für den grad... grad für den FPS-Einbruch. Soll ich mich mal um die Brücke hier kümmern? Nein. Nein, ich bin auch ein toller Architekt. Das sieht man an unserem Haus. Ja, mach mal. Ja, das Haus ist wirklich... Das Haus ist wirklich so... Hey. Hey, 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 hey. Sarkasmus, bitte. Sonst ist wenige verletzend. Äh... Okay, ich bin einfach leise, Hannes. Warum? Du wirkst grad so... Ne, geil. Wie wirklich? Nein, nein, nein. Du... Du hast keine Wirkung auf die Welt. Du bist unwichtig. Ich bin dafür, dass wir irgendwann mal anfangen, uns ein schöneres Haus zu bauen. Sag bloß, Hannes. Hast du eine Schaufel? Nein, ich... Ja doch. Ich kann dir meine geben. Willst du meine? Ja. Okay. Oder ich hab noch eine bessere Idee. Ich geb dir kurz mal die Zutaten für die Schaufel. Ja, es bringt noch nichts. Ich hab keine Workbench. Ich hab auch eine Workbench dabei. Stell... Lassen wir... Na... Muss es sein. Ganz ehrlich. Du bist... Nicht so. Äh, warte, ich muss dann ganz kurz was machen. Ich hab ja gar kein Eisen dabei. Ich glaub ich hab sogar einen. Halt halt, komm her. Ich hab einen Ohr. Gut. Ja, so passen. Das stimmt zwar nicht ganz, aber... Da kannst du hier gleich eine Workbench aufstellen. Dann hast du hier gleich ein kleines Craftingfeld. Die ist hier hinten. Komm doch weg. Lass sie doch. Nein. Jetzt hat... Ähm... Hier, nehmen den Ofen. Nehmen den Ofen. Nehmen den Ofen. Nehmen den Ofen. Was will ich damit? Das ist dein Holz. Ja, dankeschön für mein Holz. Ist ja nicht so, als ob ich das schon hätte. Ach, Mann. Ich bin so blöd. Ich versuch zu sagen... Noch bevor du kaufst, Hannes, ist es das für die Folge gewesen. Ja. Wir sehen uns wann anders wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Und bye, bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.